Verbeugt euch, denn die Queen ist im Haus. Darf ich vorstellen, mit Patricia Dombrovsky, a.k.a. Patty Cakes, a.k.a. Killer P. Du bist hinreißend, du Boss-Bitch. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ich hoffe, dass ich da noch für Sie arbeite, Sir. Deine Rhymes sind der Wahnsinn. Deine Notebooks sind voller Songs, Pi. Wie sehr willst du das? Du bist total unmusikalisch, du triffst keinen Ton. Um was für eine Musik geht's denn hier? Ich rappe. Du rappst. Rhymen, singen, weißt du? Yo, Dumbo! Beilz dich von der Straße! Hier ist das Kind mit dem Loco. Das ist der Shit. Wie heißt denn du als Rapperin? Nennst du dich vielleicht Dewey Dewey Dundrop? Man kennt mich unter Killer P. Du hast mehr Talent und mehr Vorstellungskraft als diese ganze Stadt zusammen. Das ist die größte Chance deines Lebens. Kopf hoch, Killer. Es ist eine arschkalte Welt da draußen. Du schaffst das. Du bist eine Boss-Bitch. Das ist die größte Chance.